Hallo und willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Ja, wir sind heute auf der Suche nach jeder Menge Teleportsteine. Und ich bin mal wieder ein bisschen verschnupft. Und auch ein bisschen aus der Übung gestandenermaßen, weil ich schon... Deswegen laufe ich jetzt auch gerade wieder zurück. Weil ich schon ewig kein Risen mehr gespielt habe. Ich war ganz, ganz eingenommen von Assassin's Creed Unity. Aber ich wollte Risen ja auf jeden Fall fertig spielen. So, und deswegen... Wenn wir jetzt heute mal gucken, jetzt spinnt die Minikarte so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und hier soll jetzt irgendwo noch ein Teleportstein liegen. Ein Teleporter sogar. Der auch ein bisschen verbuggt angezeigt wird. Ich habe wieder ein bisschen Zeug im Hintergrund laufen, aber eigentlich dachte ich, es müsste gehen. Ja, super. Ein Teleporter hier. Den habe ich aber auch gar nicht entdeckt. Dann aktivieren wir den doch direkt mal. Und er baut sich sehr langsam auf. Jetzt. Oder? Ja, den hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Jetzt muss ich mal schauen, wo denn der... Der nächste ist hier ganz im Westen. Da können wir uns eigentlich erst mal hierhin teleportieren. Und wir müssen ja auch noch für unseren Edward nach seinen Verwandten gucken, hier im Westen. Mal schauen, was uns da noch so erwartet. Das ist, glaube ich, jetzt hier... Nicht zum Richtigen, ne? Der müsste da hinten irgendwo liegen. Ja. Warte mal, da ist die Hütte. Oha. Hinterhalb der Hütte irgendwo. So, das war die erste Jägerhütte, wo wir die ersten Sachen lernen konnten. Überall auf Kalador ragt kalter Stein aus dem Boden. Und jetzt guck dir diese Hütte an. Gefällt sie dir? Eine Festung wäre mir lieber. Ich habe gerade gedacht, wer redet denn da eigentlich? Aber wir haben ja einen neuen Begleiter. Der erzählt natürlich auch neue Sachen. So. Wir haben tatsächlich noch nicht alles besiegt, was es zu besiegen galt. Aber es war ja auch... In Kalador war es ja auch noch relativ ätzend für uns. So, wo ist der hin? Da unten, da liegt doch was. Ein toter Scavenger. Und da ist auch noch einer. Da unten ist auch noch ein Lebendiger, glaube ich. Den machen wir dann auch noch. So. Jetzt sind wir hier gar nicht so viel... Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Cauz, den du da rekrutiert hast? Du redest von Borns? Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Nehmen wir diese Vorurteile. Ich mag Bones. Bones kämpft gut. Nur mein Tachensnapper. Kein Problem für meine Azur-Klinge. Oh, sogar zwei. Aber auch zwei sind kein Problem. Und wir sind auch zwei. Und nein, nicht mit dem reden. Sondern genau... Muss ich mal schauen. Hier hinten war ich jetzt noch... Gar nicht. Jetzt bin ich auf dieser kleinen Insel hier. Da wollte ich aber auch eigentlich gar nicht... ...hin. Wenn wir jetzt eh schon da sind, können wir auch noch den Rammer hier mitnehmen. Und die... Oha, die da drüben natürlich auch. Ach shit, ich wollte keinen Krum... ...trinken. Egal. Vielleicht mal schauen, was da gegenüber noch so ist. Im Notfall nur ein bisschen Ruhm, aber ein bisschen Ruhm ist immer gut. Was habe ich gesagt? Wir könnten auch noch mal was steigern, ne? So. Ja, ja. Und die Lumie verfieselt sich wieder. Nicht beschweren. Nicht beschweren heute. Ich bin krank. Ich darf alles machen, was ich will. Wenn das eine Logik ist, die für euch zählt. Für mich tut es das jedenfalls. So, was haben wir hier noch? Termiten sind das, ne? Ja. Dachte ich mir doch. Der Tatiade hat aber lang geschrien jetzt hier. Hm. Ich dachte, da wäre noch was angezeigt worden gerade. Jetzt machen wir erst nochmal hier unten. Alles mit der Reihe. Wow. Den habe ich gar nicht kommen sehen gerade. Oh Mann, wie wäre mit den allen gekämpft. Das Color Door. Das ist so. Das ist so Nostalgie jetzt gerade. Wie wir am Anfang hier gekämpft haben. Und wie es einfach überhaupt nicht geklappt hat. Und wie er sogar noch Provianten nachkaufen musste. Zwischenzeitlich. Können wir hier mal irgendwie unterhalb des Wasserfalls was entdecken? Offensichtlich nicht. Aber da war doch irgendwas. Ach nee, Edward war da. Ja, du stehst im Weg rum. Edward, kann das sein? Ach nee, da ist doch nur Wand. Das sah so aus, als ob da was wäre. Auf der anderen Seite auch nicht. Nee, auch nicht. Naja, Wasserfälle sind ja eigentlich immer prädestiniert für so Geschichten. So, jetzt habe ich aber doch hier auf der Seite auch noch irgendwas gesehen. Da hinten auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Nicht mich ärgern. Nicht mich ärgern, sagte ich. Wie viel man sich auf einmal wieder heilen muss, bloß weil Bonesy nicht dabei ist. So ein Waran. Toter Waran. Geht's da unten lang? Okay, irgendwie nach da hinten. Jetzt gehen wir aber erst mal nicht nach unten. Ja, oder Stein. Sondern muss ja irgendwo mal dieser dieser blöde Teleportstein auch sein, ne? Also hier irgendwo jetzt Waffe ziehen. Ach, da ist nochmal eine Karpzspinne. Ich glaube, ich sehe ihn schon liegen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht vergesse, zu heilen. Man ist so an Bones gewöhnt. Das ist ja schon übel. Da ist er doch. So. Und jetzt aber. Ich wollte dennoch nochmal hier auf diese kleine Insel und auf die andere Seite. weil ich noch wissen wollte, wo es da oben lang geht und wo es da hinten lang geht. Also da hinten unten. Also vielleicht kommen wir heute auch nicht wirklich voran. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Ich bin nämlich neugierig. Ich will wissen, ob es da oben noch irgendwas Cooles gibt. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch stark genug, dass wir eigentlich alle Gegenden schon besuchen können, die frei zugänglich sind. Wie es jetzt auf der anderen Seite aussieht, wenn wir dann über diese Lava stromen dürfen, ist fraglich. Da wird es wahrscheinlich wieder etwas schwieriger werden. Hoffe, wir dürfen da Bones noch mitnehmen. So. Nein. Dass ich den immer anwählen muss. Das könnte man irgendwo ausstellen können. So zumindest so zeitweise, dass man selber sagt, okay, jetzt für die nächste Stunde möchte ich ihn nicht mehr anweseln können. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Da, doch, das nimmt's. Wir sind ja auch nur Termiten, Termitenkrieger geht ja auch noch. Wenn irgendwas Schattenlord-mäßiges um die Ecke kommt, wird schon üble. So. Mal gucken, Astral-sichtmäßig, ob wir irgendwie nicht, dass wir irgendwas übersehen, was cool ist. Aber es sieht nicht so aus. Okay, hier geht's mit einem Baum hier auch nochmal rüber. Wow. Ein Schattenwächter. Das meinte ich mit, dass kein Böse ausgehen, wenn er falsch um die Ecke kommt. Da habe ich natürlich auch wieder ewige, ewige Zeiten nicht gespeichert. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch einmal. Und jetzt, die Skelette noch. Die Skelette sind keine, keine Schattenwächter. Aber sie wären gut abneuerdings hier. Hallo, geht's noch? Das Skelett. So was, mir soll's jetzt aber nicht scheitern hier. Edward kämpft auch vergleichsweise irgendwie nicht so gut. Edward der Pirat, das kennen wir doch irgendwoher. Hm. Jetzt nur noch eins. Gut, 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 gut. Ja, brutal gut hier. Boah, langsam nervt's. So, Skelett, tot und Schattenwächter. Und jetzt speichern wir hier mal direkt. Ist jetzt auch nicht genau. Hier geht's nochmal rüber. Hier geht's aber auch nochmal hoch. Ah, in ein Schattenreich, hier müssen wir sowieso noch hin. Das passt ganz gut. Das ist jetzt die andere Seite. Machen wir aber erst mal hier noch, wie wir hier rüberkommen, ne? Ein bisschen wackelig, aber so weit, so kein Problem. Oh. Jetzt haben wir denn hier noch. Das ist ein Erzgolem. Ich hatte Eisengolem im Kopf, war ich nicht ganz richtig. und ich glaube, ich werde danach mal erst nochmal Härte steigern. Zeig mal her, wir haben nämlich jetzt hier Charakter. Härte. Härte könnten wir eigentlich echt nochmal erhöhen. Ja. So. Gibt's hier nochmal, was gibt's hier? Blübären. nochmal ein Turm. Mit Jadestein, Wudopuppe und ein Schwertdorn. Sehr cool, den können wir wieder für Getränke gebrauchen. Das steigert ja Nahkampf, ne? So war das doch. So. Hier ist auch noch ein Turm. Ah, hier ist ein eigentlicher Turm. Der andere ist quasi gar nicht gar nicht eingezeichnet. Oh, 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 oh. Ja, Trottel, sehr richtig. Gut, dass ich nochmal gespeichert habe, aber da könnten wir eigentlich runtersegeln mit einem Papageienflug. oder wir laufen, oder ich würde eigentlich gerne wissen, ob da drüben noch was drin ist. Also, wir haben ja gespeichert, das ist ja dann ist ja dann okay. Äh, nein, nicht essen. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. So. Kann ich hier eigentlich was einsammeln? Ne, kann ich nicht als rübergeilen. Magischer Kristall. Und ein Scharfauge gibt es hier. Ich glaube, hier unten gibt es dann nichts mehr, ne? Aber wir segeln dennoch runter und nicht wieder zurück, falls es doch was gibt. Wenn ich jetzt mal bitte dankeschön. Falls es hier noch was gibt, wenn ich kümmere nämlich gleich wieder hochsegeln. Ne, hier unten gibt es wirklich nichts mehr, habe ich den Eindruck. Doch, eine Truhe. Von wegen, hier gibt es nichts mehr. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Habe ich jetzt nicht langsam mal 90 Grad gesteigert. Was war das? Fingerfertigkeit? Ne. Doch. Ne, langt bei weitem nicht. Ne, nicht übernehmen. Hm. Und 21 Magie, das ist so unwahrscheinlich, dass ich das aufkriege. Na gut. Dann eben hier wieder hochgerannt. Hier sind ja sogar ganz normale Treppenstufen. Zudem. Genau. Und dann können wir jetzt hier auch wieder rüber und ins Schattenreich von Calador. Ja, finde ich sehr cool. Da waren wir nämlich wie gesagt noch gar nicht. und es wundert mich ein bisschen, dass ich damals nicht neugierig war. Aber ich bin ja so oft gestorben, das hat ja richtig, richtig genervt. Entsprechend. Oh Gott. Ja, da war sogar hier gibt's einen Seelenfresser. Das hätte ich im Leben nicht überlebt. In Kombination mit Schurken, Scherken. Deswegen haben wir ja auch jetzt erst in dem Quest hochgeschickt. Ne, das hätte ich vergessen können damals. Selbst mit Bones wäre es noch schwierig geworden, nehme ich mal an. Aber ohne ohne vermutlich ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ein bisschen was kriegst du auch. Sollen die Schatten nur kommen. Mit denen werde ich schon fertig. Halt mir lieber den Rücken frei. Keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Na dann. Junge, na dann. So. Truhe, wenn ich nicht, wenn wir aufmachen können. Ja, wie gesagt, das wäre am Anfang, wäre das nichts geworden. So. Fast auf Anhieb. Goldfluchtisch, welche schleichen tot. Ja, langsam ist das alles nicht mehr so, wie ich, ja, Kristallada nicht mehr so relevant irgendwie. Aber wie gesagt, wir sammeln das alles für später. Für Zeiten, wo unsere Mitstreiter nicht mehr da sind. so ein bisschen blöd, dass wir nichts mit magischen Gegenständen haben, für unsere Sicht. Höhlenrund. Und da gibt es sogar eine Höhle. Wo wir wahrscheinlich ein entsprechendes Tor. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, genau, das dachte ich auch, Karin. Wo kommt denn das Vieh jetzt her? Wir müssen uns jetzt mal nach und nach auf irgendwas konzentrieren. und es ist, ich hoffe mal, Edward beweist sich jetzt ein bisschen. Und das Vieh macht echt nicht gerade wenig Schaden. Wir sollten lieber zu zweit an einer Sache kämpfen, glaube ich. Nicht da festgepackt gerade. Und dem sollten man auch nicht zu nahe kommen. Was ist jetzt, solange sich das Leben nicht regeneriert? Feuer! Das erinnert so ein bisschen an diese Lindwürmer, die wir aber schon kennen. Aber die Lindwürmer hatten nicht den Namen der Schrecken des Nordens zum Beispiel. Komm. Weg, weg. So, sehr schön. Quest Erfolg, der Schrecken des Nordens haben wir aber auch noch nicht bekommen, oder? So, ich sehe, du hast da hinten noch einen übrig gelassen. Schwanzstachel. Ich weiß gar nicht mehr, für was wir den überhaupt verwenden konnten. Wo ist das der, den du übrig gelassen hast? ja, ne? Okay. Toter Dämonenjäger. Eins von fünf persönliche habe. Du musst noch sagen, wo ich die abgeben soll. Die ist zumindest schon mal zu. nach einem Höhlenhund, ne? Genau. Oh, wir sollten nochmal speichern, dass wir das Vieh da besiegt haben. Das wird doch bestimmt auch noch eine Aufgabe sein, die uns Eldrick dann entlohnen wird. Mistvieh, genau, so sieht es nämlich aus, Alter. Ganz kurz. So, ich musste ganz kurz unterbrechen, um es wegen der Aufnahme zu gucken. So, kurz vor Ende der Folge sogar. Den Schurkenring, okay. Ja, ich wollte nämlich jetzt an der Stelle auch relativ bald die Folge auch beenden. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür das persönliche Hab und Guter da sein soll. Aber das werden wir noch rauskriegen. Was ist denn da hinten noch? Da liegen auch noch jede Menge Tote rum. Hinter dem, ah, hinter dem Stein, da ist noch sowas wie ein Friedhof, sieht das aus. Werden wir uns aber, das wird als Goldding angezeigt, weil das Mineral ist, kommen wir da jetzt nicht ran, doch, Goldquartz, werden wir uns aber alles erst in der nächsten Folge angucken. So, wenn ich jetzt mal hier einen anständigen Satz zu Ende kriegen würde, ohne mich umzugucken und in Wahrheit doch noch weiter zu zocken. Gut. Ja, wie gesagt, erwartet uns noch ein bisschen was. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wie immer auch mit dabei. Likes, Comments gern gesehen. Lasst mich wissen, was ihr gut findet, was ihr stört und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!